Diese Smartwatch bietet Ihnen alle Funktionen, die Sie sich vorstellen können. Mit der neuesten Technologie von 2023 überwacht Sie Ihren Blutzucker, Blutdruck, Herzfrequenz und Sportdaten rund um die Uhr in Echtzeit. Sie ist wie Ihr persönlicher Gesundheitsassistent. Und das Beste daran, für die Messung des Blutzuckers ist keine Blutentnahme erforderlich. Dieses Gerät wird von deutschen Ärzten wärmstens empfohlen und ist ideal für Senioren und Sportbegeisterte. Aber das ist noch nicht alles. Sie bietet auch Funktionen wie NFC, Anrufannahme und Echtzeitwetterinformationen. Sie ist wasserdicht und staubdicht, sodass Sie sie sogar beim Schwimmen tragen können. Beeilen Sie sich, wir haben nur noch 20 Geräte zum halben Preis. Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit. Untertitelung des ZDF, 2020